Hallo liebe Leute, dies hier ist ein kleines Werbevideo für Undux Ballisson und zwar hat mir der liebe Verkäufer von Undux jetzt einen zur Verfügung gestellt, was ich hier gerade einblende. Ich werde euch den Link zur Webseite und zu den Produkten auf Amazon in die Videobeschreibung packen. Okay, das hier enthält jetzt mein Paket, was ich gerade bekommen habe. Ich musste das Video jetzt leider ein zweites Mal starten, weil als ich das vorhin gemacht habe, ist mir dann die Kamera schon wieder ausgegangen. Ich habe jetzt einfach mal neue Batterien reingemacht und naja, so sieht das aus und ich bin, ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal rein. Ja, so das hier ist das Paket und ja, wie gesagt, ich musste es leider schon mal öffnen, also bis zu diesem Zeitpunkt und dann ging die Kamera aus. So, hier habe ich noch nicht reingeguckt, aber ich weiß schon, was ungefähr drin ist. Ja, und gucken wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Und wir haben, also hier ist die Verpackung, hier haben wir wieder eine Schaumstoffeinlage. Brauchen wir nicht. Dann haben wir hier einen Feuchtigkeitsentzieher, die hebe ich gut und gerne mal auf. Kann man ja öfter mal gebrauchen. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Und mal gucken, ob da was drin ist. Ja, es ist ein Torxschraubenzieher mit zwei verschiedenen Größen. Hier, ich weiß jetzt nicht genau, welche Größen das sind, da muss ich nochmal nachgucken. Hier haben wir einen kleinen und hier haben wir einen großen. Ja, so, das hier ist die Tasche, das ist eine schöne Nylontasche, hier mit der Aufschrift Andux und dem Zeichen, also dem Logo von Andux. Eine schöne Tasche, kann man sich hier auch wieder an den Gürtel machen. Ja. So, aber jetzt kommen wir mal zum Messer an sich. So, und das hier ist das gute Stück. Es ist ein CSGO Butterfly, das ist, also so viel habe ich jetzt nicht, ich habe gerade mal noch ein weiteres, aber das ist nicht von Andux, aber es ist auch schön, so. Wir haben einen Spring Ledge, das ebenfalls schwarz eloxiert ist, das ist ein bisschen unüblich, ich kenne jetzt nicht viele Butterflies, wo das Ledge mit im Design inbegriffen ist, also Farbgebung, von der Farbgebung her. So, machen wir jetzt mal auf. Also, mir gefällt auf jeden Fall sehr das Design, das ist hier so ein Aufdruck auf der Klinge, so vom Universum, von allen ganzen schönen Farben, das hier ist wieder eine echt schöne Farbgebung, ja, also ich wiederhole mich, es ist halt das erste Mal, dass ich das ausgepackt habe, ja, und hier die Griffeinlagen sind im gleichen Design, ich finde, also ich finde das schon mal richtig geil, das hier, also man kann es so hier zu machen, dann geht es nicht von alleine wieder auf, wie ihr seht, muss man halt wieder drücken. Ja, ok, gucken wir noch mal kurz aufs Handleplay, mache ich es noch mal kurz auf, und wie ihr seht, seht ihr fast nichts, das ist schön, ich habe nämlich die letzten Reviews immer vergessen, das Handleplay bei den Ballisson Trainern zu erwähnen, aber das möchte ich jetzt wieder nachholen, also wieder reinfangen damit, und wir haben hier so gut wie fast kein Handleplay, na, mit der Zeit wird bestimmt noch was dazu kommen, naja. Ja, so, wir haben hier bei den Undux Ballisson eine Channel Construction, was ich sehr schön finde, jetzt habe ich gerade meine Lampe gehauen, sorry Lampe. Ja, also, ich habe jetzt leider nicht die Maße, die werde ich dann im Nachhinein noch reinblenden, ich kann es ja so wie bei den anderen Reviews machen, oder ich mache es komplett anders, vielleicht lass ich mir wieder was neues einfallen. Wir können die Klinge nicht schärfen, weil die hier Löcher hat, also die Löcher sind eigentlich nicht unbedingt dazu da, dass man es nicht schärfen kann, es ist eher zur Ausbalancierung. Naja, aber trotzdem, es ist sehr nah hier unten an der Klinge, also wo die scharfe Seite wäre, also könnte man, wenn man es dann nachschärfen würde, dann könnte man nicht damit arbeiten oder irgendwie zustechen, weil es dann sehr schnell kaputt gehen könnte, ja, und der Lack wäre dann auch hinüber, das wollen wir aber alle nicht und deswegen lassen wir es so wie es ist, ja. So, die Handles sind, wie gesagt, in einer Channel Construction und in einer schwarzen Anantisierung, ja. Und, es ist ziemlich schwer, also ich gehe jetzt mal von so 160-170 Gramm aus. Also, das ist üblich bei solchen CSGO Butterflies, weil die halt so groß sind, ja. So, als ich hier damals mein anderes im Wallisong geholt habe, also auch CSGO Butterfly, da konnte man die Schrauben hier nicht nachziehen, und das will ich jetzt mal testen. So, ich denke mal, das hier müsste die richtige Größe sein, und dann gucken wir mal, ob man sie aufschrauben kann. Hm, ne, sie drehen sich auf der anderen Seite mit, und auch wenn man die Handles zusammendrückt, tut sich da nichts. Also, schade eigentlich. Ich würde es gerne auseinanderbauen können, wollen. Aber, das will nicht. Naja, das ist auch wieder ein Kritikpunkt, der nicht so positiv ist. Ne, man kann es nicht aufmachen, also auseinanderbauen. Schade eigentlich. Ich würde mal zu gerne gucken, was da halt so verbaut ist. Ob hier, keine Ahnung, Kugellager oder irgendwelche Washer drin sind. Kurzer Nachtrag. Ich blende das hier gerade ein. Wir sehen, es handelt sich hier um Messingwasher, die hier verbaut wurden, und nicht um Kugellager. So, das wollte ich jetzt nur noch kurz gesagt haben, und dann noch viel Spaß mit dem Rest des Videos. Das hab ich jetzt bisher noch nicht rausfinden können, bei diesen Wallisongs. Oh, ich geh mal von Washer aus, weil, das ist üblich für solche Messer hier. Also, für solche, sagen wir mal, günstigen Wallisongs. Also, ja. Okay, was könnte man denn sonst noch so dazu sagen? Also, ich finde es schön. Also, und ich werde mal bei Anduks nachfragen, ob ich das dann behalten darf, oder ob ich es zurückschicken soll. Also, ich hoffe mal, ich darf es behalten, weil es sieht auf jeden Fall schon geil aus. Und wäre schade, wenn ich es wieder weggeben müsste. Naja, ich frag mal nach. Wenn ich es nicht behalten kann, dann ist es schade. Aber ich kann es mir ja dann selber auch nochmal kaufen. Ja. So, und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich werde dann wieder eine kleine Bildercollage hinten dranhängen, und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hm, na Katze. Lass auch fotografiert werden, hm? Hm. Dann wird ein Glück, ich mache jetzt gerade einen Film. Ah. Ja. Gerade beim. Fotografieren hier. Ein kleines Kätzchen dazugekommen. Bis dann. Vielen Dank.